Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich melde mich jetzt hier von einer Veranstaltung von den Toronto Raptors. Nämlich gibt es hier heute eine Christmas Parade. Die wird hier draußen stattfinden, nachdem ich einen halben Nervenzusammlung im Verkehr bekommen habe. Ich bin einfach losgefahren, das Navi hat gesagt 48 Minuten, ist schon viel Verkehr, aber komm, kriegen wir hin. Es hat einfach jetzt insgesamt eine Stunde und 40 Minuten, bis ich hier angekommen bin, weil alle Straßen geblockt waren, natürlich wegen der Parade. Verrückt, aber egal. Ich bin jetzt hier, hat noch nicht angefangen. Dementsprechend haben wir auch nichts verpasst. Die Kiddies sind hier ordentlich schon am Spielen. Wie gesagt, es haben die Raptors hier organisiert. Es ist eine Santa Claus Parade, die jedes Jahr auf ist. Wir haben hier so einen Raum mit ein bisschen Snacks, Fingerfood. Also gut, ich sehe warmes Essen sich da vorne auch, aber ich zeige euch vielleicht noch mal ein bisschen was. So, hier haben wir ein bisschen Getränke. Hier haben wir ein bisschen warmes Essen noch. Ups. Die Kiddies sind da vorne. Die Kiddies sind da vorne. Hier haben wir ein bisschen Getränke. Das ist da vorne. so haben erst mal ein teel gemacht die maja arbeitet immer noch an ihr messen ich habe es gar nicht mehr geschafft nach der parade noch was aufzunehmen wir waren richtig so in gesprächen verwickelt und hat mich die spaß gehabt die muttys unter sich die kinder unter sich hat richtig spaß und es war einfach nur toll war richtig richtig schön und ja wir haben da gemerkt dass wir das viel öfter machen müssen wir unsere kinder sich einfach alle so gut verstehen und wir mädels untereinander verstehen uns auch richtig gut ich habe sie gleich direkt noch eingeladen alle zu uns morgen also morgen kommen denke ich mal so drei muttys mit ihren kindern vorbei da freue ich mich richtig drauf aber ja ich habe die kinder nur ganz kurz nach hause gefahren und musste jetzt noch mal schnell zu teuse was weil amari vier tagen geburtstag hat und ich meine adventskalender die ich für die kinder gebastelt habe zu ende machen muss da fehlen mir noch ein paar sachen für die türchen und ja es ist ja überall so prozente rabatt aufgrund von hier gibt es alles mögliche jetzt war ja erst ein black friday und dann zieht sich das hier das ganze wochenende und dann kommt cyber monday und dann ist ja ständig irgendwie jetzt gerade rabatte aber okay man nimmt ja irgendwie doch mit und jetzt kaufe ich ein bisschen bisschen was ein ich zeige euch mal was richtig cooles gefunden hier sowas da kannst du also so kleine kassetten einlegen da kannst du die stories verkaufen das kommt mit drei stories schon und dann kannst du das auf die wand projizieren und dann lesen wie so ein projektor für ein buch für julia dachte ich mir ein kleines mikroskop ich glaube das ist etwas da hätte er spaß dran nur ja der wichtigste wäre jetzt eigentlich erstmal amari aber ich noch noch habe ich nichts gefunden ganz kurzes update ich bin natürlich zu hause ankommen wie man sehen kann gegessen das baby schlafen gelegt und so und jetzt gucken wir das spiel toronto gegen cleveland und das sieht ganz gut aus wir führen mit zwei punkten aktuell und ich spiele gerade mit junior dieses spiel hier auch sogar mit basketball löwen bei naja no is not juniors gerade dran mit erraten muss auf jeden fall jetzt hier weiter spielen no is not so ich werde mich jetzt mal einen tag später hier aus dem auto ich habe gestern als ich bei der christmas parade war erfahren von einer von den spielerfrauen dass die mariah carey heute ein konzert gibt in derselben arena wo dennis hat immer spielt und da sind ich und eine weitere spielerfrau gleich hellhörig geworden und haben nachgehakt ob wir eventuell noch tickets bekommen können und tatsächlich aber welche bekommen das ist mal richtig cool also das habe ich in der vergangenheit bisher auch immer irgendwie so erlebt dass wenn konzerte in der arena gegeben werden in der eben das team auch spielt dann kriegen wir kostenlose tickets jetzt haben wir kostenlose vip tickets bekommen einfach heute noch mal so ganz spontan also richtig richtig cool wir freuen uns total drauf eine von den spielerfrauen holen wir jetzt ab und ja gehen wir aufs konzert wir sind jetzt angekommen in der arena voll komisch an arena zu sein ohne ein spiel aber wir gehen zu den sitzplätzen sie ist noch nicht da die gute mariah mal gucken wir sind auf geht's und ja 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 I love Toronto It's time to go And a little story And by the way, I'm loving the sweaters with the light up things Everything, all the sparkly moments It's a moment, and I'm loving it These guys here Yes! Es ist schon mal gestorben, nicht wahr? Ich würde so glücklich sein, wenn ich hier mit der Snowfläche bin. Aber wir können auch mit der Snowfläche gehen. Wir sehen uns, wir sehen uns. Okay, ein meiner Lieblings-Fähigkeiten zu machen über die holidays ist eine Sleigh-Ride mit meinen Kindern. Und es ist die beste. Die Leute glauben nicht, dass ich das mache, aber wir machen das. Und wir gehen auf den Sleigh und gehen durch die Bäume nach der Nacht. Und es ist schön. Und wir sehen uns, die Blumen, die Sparke auf der Snowfläche. Und es ist schön. Und es ist schön. Es kann man nicht hören, die Hörsen klicken. Und das ist eine der Dinge, dass wir in dieser nächsten Song versucht haben. Wir sehen uns, die Sparke auf der Nacht. Wir sehen uns, die Sparke auf der Nacht. Und wir sehen uns, die Sparke auf der Nacht. Ich bin, wie ihr sehen könnt, wieder zu Hause. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte, ja, eine schöne Zeit mit den Mädels. Das Konzert war super und nice. Also, war nicht so lang. Also, ich glaube, das ging irgendwie eine Stunde. Eine Stunde vielleicht 20 Minuten oder so. War echt, ja, war ein schönes Erlebnis. War halt so ihr Christmas-Konzert. Hat es auch ein paar von ihren anderen Liedern gebracht. Und das war echt schon schön. Sehr nostalgisch. Ist ja schon eine Weile her, diese ganzen Hits. Und dann denke ich dann immer so an die Zeit zurück, wo die Lieder so rauskamen. So meine Jugend, Kindheit. Ist schon schön, ja. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, so ein Konzert von ihr. Und ich muss jetzt auf jeden Fall mich schnell duschen gehen und ins Bett, weil ich bin super, super müde. Die Kinder schlafen schon längst. Dementsprechend muss ich mich auch noch, ja, ein bisschen vorbereiten auf mein Playdate, das ich morgen habe. Denn die beiden Mädels, mit denen ich heute bei dem Konzert gewesen bin, die kommen morgen mit ihren Kindern zu uns nach Hause, damit unsere Kinder alle zusammen spielen können, weil die sich alle so gern haben. Und das ist einfach, also ich muss jetzt mal sagen, es ist so schön hier, weil diese Connection zu diesen Spielerfrauen, das habe ich so noch nie gehabt, wie ich das hier habe. Das sind einfach wahnsinnig tolle Frauen, wahnsinnig tolle Persönlichkeiten, so überhaupt nicht oberflächlich, so total herzlich und offen und nett und einfach wundervolle Frauen und Mütter, sofern ich das jetzt erstmal so beobachtet habe. Ich kenne sie jetzt noch nicht in- und auswendig, dass ich jetzt irgendwie, ne, jetzt groß deren Charaktere vielleicht hier beschreiben könnte. Wir haben uns bei den Spielen jetzt jedes Mal gesehen und jetzt so zweimal beim Treffen und also zweimal bei den Raptors-Treffen. Jetzt halt einmal sind wir zusammen rausgegangen. Aber das, was ich halt eben sehe und diese Vibes, die ich von denen halt eben so bekomme, ist halt einfach durchweg positiv. Und da habe ich auch überhaupt kein Problem, mich mit denen zu connecten. Ich habe sonst immer in der Vergangenheit immer so ein Problem damit gehabt, mich mit den anderen Spielernfrauen zu connecten. Ich will gar nicht irgendwem irgendwas unterstellen oder so. Aber der Lifestyle in Amerika ist halt eben ein anderer und das verstehe ich auch und das ist ja auch in Ordnung. Ich bin da halt sehr europäisch und habe mich deswegen immer eigentlich eher so ferngehalten von allem. Aber diese Mädels sind einfach, also das matcht einfach, das passt. Die sind fantastisch, die sind so auf dem Boden geblieben und so. Eine von den Damen, also einer von den Coach's Wife, die kenne ich ja noch aus Oklahoma City. Ja, die damals, als Dennis für die Thunders gespielt hat, war halt ihr Mann dort Coach und sie ist einfach aus Deutschland, in Deutschland geboren. Und vor allen Dingen, ihre Großeltern leben auch noch in Wolfenbüttel. Und Wolfenbüttel und Braunschweig, das ist einfach, ist ja ein Katzensprung, ne? Aber wie klein ist die Welt bitte? Und das ist so verrückt, sie kennt einfach Braunschweig, sie kennt, wie gesagt, sie kommt irgendwie aus Wolfenbüttel, geboren ist sie, glaube ich, mal in Berlin, aufgewachsen ist sie dann aber irgendwie in Frankfurt und dann seitdem sie, ich weiß nicht, sehr jung war, noch acht, neun Jahre alt, meinte sie, ist sie dann nach Amerika gegangen mit ihren Eltern. Gestern Nacht habe ich noch hier, da habe ich jetzt so zwei Nächte dran gearbeitet, Adventskalender für meine Kinder gebastelt. Ich habe mir einfach so verschiedene Säckchen bestellt in verschiedenen Größen, damit ich halt eben auch verschiedene Größen an Geschenken oder Kleinigkeiten eben einpacken kann. Dann habe ich mir so kleine Nummern bestellt und habe mir dazu noch so ein Seil bestellt. Also alles so separat, das war jetzt kein Set oder so. Ja, dann habe ich einfach mal so zwei Adventskalender gebastelt. Der hier ist für Junior und der hier ist für Emalia und ich finde, der ist echt ganz süß geworden. Es war viel Arbeit, also wirklich viel Arbeit, sich da halt auch so die Gedanken zu machen und irgendwie auch ungefähr so gleiche Dinge eben reinzutun, damit auch ja keiner irgendwie das Gefühl hat, er wurde benachteiligt. Diese ganzen Kleinigkeiten irgendwie so zusammenzufinden und ich habe wirklich nur ganz, ganz wenig Süßigkeiten reingemacht, weil ich mag ja nicht ja meine Kinder so viel so Zucker und Süßigkeiten und so und schon gar nicht hier aus Amerika oder halt eben jetzt Kanada. Dementsprechend ist da wirklich nur ganz, ganz wenig so an Süßigkeiten, aber so viel so kleine Spiele und so, ja, mal so ein paar Glitzerstifte, mal ein kleines Spielzeug drin, mal ein Jojo. Ich habe halt so viele verschiedene Kleinigkeiten einfach zusammengesammelt und gefunden und ach so, ja, mal so ein kleines T-Shirt oder Socken mit deren Lieblingsfiguren drauf. Dementsprechend, das war es auch schon wieder von mir. Lasst doch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne immer wieder Anregungen in meine Kommentare. Ich nehme das wirklich also mir zu Herzen und möchte auch gerne umsetzen, was ihr gerne sehen möchtet. Ich habe gehört jetzt ganz viel schon, ihr möchtet eine Haustour sehen und das machen wir definitiv, aber meine Möbel werden jetzt erst nach und nach ankommen und ich möchte so ein bisschen so Möbel hier so stehen haben, bis ich euch das Haus zeige. Aber ich glaube, das hat nochmal so einen ganz anderen Flair. Meine Möbel sind aber leider noch nicht da. Dementsprechend, das kommt, sobald ich meine Möbel habe, kommt eine Haustour. Ansonsten abonniert den Kanal, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Folgt mir auch gerne auf Instagram, wenn ihr Lust habt. Wir können hier mein Instagram nochmal einblenden. Ich nehme immer wieder mal vor, etwas aktiver zu sein. Dementsprechend, ja, ich brauche ein bisschen Motivation, Leute. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit was auch immer ihr euch wünscht. Sagt mir Bescheid und bis dahin.